So, das sind die beiden Äffchen, die immer rumschreien müssen, den alten Zopp und den Rücken zu uns, den kennen Sie schon, die wohnen hinten weiter rum und haben richtig im Hof und alles geschützt. Schauen Sie mal, wie windig das ist. Hier ist richtig sturm. Trotzdem stehen sie hier und rauchen und schreien rum und tun doof. Sie hören das Geschrei jetzt nicht, weil ich natürlich direkt hinter dem Fenster bin, weil es nicht auch im Fenster ist und weil ich jetzt rede. Ich freue mich, dass Sie das mal sehen. Also, diese beiden Penner, das sind die, die immer rumbrüllen müssen und so tun, als wenn sie hier wohnen. Er braucht was ganz langes, der andere. Beide drogen süchtig und totales Rad ab. Und beide wohnen hier natürlich nicht und schauen sich an, wie die Bäume gehen. So was müssen Sie sich immer gefallen lassen. Da machen Sie den harmlos draus. Da ist natürlich nichts harmlos. Und keiner stellt sich da bei der Kälte hin und wirklich, Sie sind jetzt voll Drogen. Es ist jetzt die Zeit, da haben Sie jetzt Ihre Droge inhaliert und dann geht es wieder total los in diesem blöden Kopf. Und dann müssen Sie die nächste Droge verdienen.